Giraffe und Annika ist geschafft und zum Abschluss möchte ich euch noch einmal die Achievements vorstellen, die das Spiel für uns bereit gehalten hat. Also sehen wir uns an, welche Errungenschaften wir nach dem Durchspielen vorzuweisen haben. Wir starten hier von oben nach unten, von links nach rechts. Der erste Erfolg heißt Reinschleichen. Er ist an die Hauptgeschichte gebunden und wir haben ihn erhalten, nachdem wir hinter Lisas Haus die blaue Kiste reingeschoben und die dahinter befindliche Truhe geöffnet haben, der den Schlüssel zu Lisas Haus enthalten hat. Genauso verhält es sich mit dem Erfolg Hübsche Tasche. Sobald wir uns in Lisas Haus befinden, finden wir die Handtasche rechts neben dem grünen Sofa auf dem Schaukelstuhl. Damit haben wir das Inventar freigeschaltet und Giraffe hat außerhalb des Hauses auf Annika gewartet. Der Erfolg Waldforscher erhalten wir, nachdem wir das grüne Sternfragment aus dem Waldverlies geborgen haben. Das Waldverlies gilt als offiziell abgeschlossen, wenn man Waldhexe Lilli im ersten Bosskampf besiegt und die Fähigkeit Springen nach der Zwischensequenz gelernt hat. Dasselbe mit dem Erfolg Badestrand. Hier müssen wir das blaue Sternfragment aus dem Meeresverlies holen und den Bosskampf dort gegen Meerjungfrau Lilli und die Königskrabbe gewinnen. Nach der Zwischensequenz lernen wir länger die Luft beim Schwimmen und Tauchen anzuhalten. Gleiches hier der Erfolg Ich liebe Loren verlangt von uns, das Feuerverlies abzuschließen. Also gilt es auch hier einen Bosskampf zu gewinnen. In diesem Fall gegen Schatzjägerin Lilli und ihren großen Roboter. Annika lernt, wie man besonders schnell rennt und stößt sich dabei den Kopf an. Der Erfolg Erinnerungen lässt alleine vom Text darauf schließen, dass es mehr als nur drei Verliese gibt. Das Spiel möchte hier nicht großartig verraten, worum es geht, also respektiere ich das an dieser Stelle. Ich möchte nur so viel sagen, vor diesem Erfolg weist das Spiel darauf hin, dass man nicht mehr zu einem früheren Sprung zurückkehren kann, also legt euch entweder einen separaten Speicherstand an, um euch den Fortschritt bis dahin zu erhalten, oder kümmert euch davor um alles. Der Erfolg Und Dann möchte, dass wir das fünfte Verlies abschließen. Es gibt keine weiteren mehr danach, sprich, das hier ist die letzte Story-relevante Errungenschaft, die man erhält und sagt uns im Grunde, dass wir das Spiel abgeschlossen haben und die Geschichte gleich zu Ende ist. Ab hier kommen die Erfolge, die man nur für Bosskämpfe im Rhythm-Game erhalten kann. Der Rhythmus-Anfänger will von uns, dass wir alle Rhythmus-Spiele auf normalem oder höherem Schwierigkeitsgrad abschließen, sprich, all das außer leicht in den Optionen ist hierfür erlaubt. Fühle den Takt schränkt das Ganze noch mehr ein. Hier darf man die Rhythmus-Spiele nur auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad beenden. Man kann den Erfolg somit gleichzeitig mit Rhythmus-Anfänger erhalten, wenn man direkt alle Bosskämpfe auf schwer erfolgreich beendet hat. Beim A-Rang geht es um die Zeugnisnote nach Abschluss eines Rhythm-Game. Wir brauchen ein A auf allen Schwierigkeitsgraden. Das Spiel speichert immer den besten Wert in seinem Highscore. Mein Rat an euch wäre, wählt einen Bosskampf aus, den ihr immer und immer wieder wiederholen könnt. Fang unabhängig davon, wie gut ihr seid auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad an und steigert euch zum höchsten. Vielleicht kommen die Noten ganz langsam zu euch, bei normal schon etwas schneller und schwer zieht richtig an. Das Problem dieses Rhythm-Game in diesem Spiel ist in meinen Augen. Habt ihr zu lange Pausen drin und unterbrecht das Spiel eventuell sogar über einige Tage hinweg, müsst ihr euer Zeitgefühl immer wieder von vorne anpassen. Spielt ihr es auch nach sehr frustrierenden Momenten mehrfach hintereinander jedoch, habt ihr irgendwann den Rhythmus drauf und das Minigame fällt euch einfacher. A solltet ihr bei fehlerfreien Durchgängen erhalten können. Sprich, wenn ihr Bonuspunkte durch No-Misses erhaltet, sollte es für A eigentlich ausreichen. Der Rhythmus-Experte dürfte der schwierigste Erfolg des ganzen Spiels sein, denn ihr braucht dafür einen S-Rang auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad in jedem Bosskampf und da rauft ihr euch die Haare, es reicht hier nicht, um einen fehlerfreien Durchgang zu erhalten. Ihr dürft auch fast keine Noten auf Okay und Good erhalten und müsst in der Bewertung fast immer Great sein. Für Kinder, und das ist in meinen Augen die Zielgruppe dieses Spiels, sehe ich diesen Erfolg als fast unmöglich an, weil das Spiel zu wenig Fehler verzeiht. In dem einen Bosskampf dürft ihr euch mehr erlauben als in dem anderen und das unabhängig davon, wie schwer die Einzelnen in Wahrheit eigentlich sind. Der S-Rang auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad ist in meinen Augen der Tiefpunkt in diesem Spiel, weil er viel zu viel Druck auf den Spieler ausübt, als sich am erlebten Spielspaß zu orientieren. Dann gibt es noch den perfekten Rhythmus, da muss man einfach jedes Rhythmusspiel ohne einen Fehler beenden, also kriegt man gleichzeitig mit dem S-Rang. Bonuszeichnung ist ein Erfolg, den ihr durch das Freischalten von drei Bonuszeichnungen aus Rhythmusspielen erhaltet. Dafür müsst ihr nur genügend Punkte sammeln, das heißt, es lohnt sich jeden Bosskampf auf jedem Schwierigkeitsgrad zu wiederholen, um die Punktanzahl zu erreichen. Bonuszeichnung Sammler verlangt er etwas mehr von uns. Diesen Erfolg habe ich erhalten, nachdem ich jeden Bosskampf mit Ausnahme des Allerletzten auf S abgeschlossen habe. Beim Allerletzten hatte ich nur noch den schwierigsten Schwierigkeitsgrad offen und dort eine A-Note erhalten, was für das letzte Bild dann auch ausgereicht hat. Es sagt allerdings auch aus, dass ihr das zusammen mit dem Erfolg Rhythmusexperte, sprich alles auf S bringen, machen müsst, aber meiner Einschätzung nach bekommt ihr diesen Erfolg hier schneller, weil er nicht überall S-Rang benötigt. Insgesamt gibt es sechs Erfolge für die 30 Miauster Pieces im Spiel, sprich wenn ihr euer aktuell Sammlung sechs weitere Kunstwerke hinzufügt, erhaltet ihr einen dieser Erfolge. Beim Miausterwerke Fan braucht ihr sechs, bei Miausterwerke Verrückter bereits sieben, 12 Für Miausterwerke Piece Jäger mit 18 mehr als die Hälfte und für 24 verschiedene Miauster Pieces seid ihr ein Miausterwerke Wahnsinniger. Und zuletzt gibt es noch Miausterwerke Meister für das Sammeln aller 30 Miauster Pieces im Spiel. Dazu sei noch gesagt, es interessiert die tatsächliche Anzahl der Miauster Pieces, die ihr im Inventar habt und nicht, dass ihr so und so viele verschiedene Miauster Pieces gefunden habt. Ich liebe Schwimmen geht einher mit dem Miausterwerke Wahnsinnigen. Ihr müsst dem Geisterbaron 23 Miauster Pieces abgeben und erhaltet dafür den Badeanzug zur Belohnung. Öffnet das Inventar, zieht den Badeanzug an und sobald Annika ihn trägt, habt ihr diesen Erfolg erhalten. Es gibt eine bestimmte Animation, die nur zu einem einzigen Zeitpunkt im Spiel gemacht wird und ihr müsst sie finden, um diesen Erfolg den Schmetterlingfang für euch zu verschreiben. Den Schmetterling findet ihr beim Pavillon rechts neben der kaputten Brücke. Ihr müsst dazu springen gelernt haben. Stellt euch neben den leuchtenden Schmetterling am Blumenfeld, bestenfalls nachts, so könnt ihr ihn am leichtesten sehen. Legt den Controller weg und wartet ab, was Annika macht. Den Erfolg erfrischt kriegt ihr, wenn ihr Annika fünfmal auf die Toilette geschickt habt. Es gibt eine vor Lisas Haus, es gibt eine weitere vor dem O'Hare Haus und eine dritte beim Leuchtturm. Für die Diva von Speaker Island müsst ihr alle Lieder im Spiel singen. Insgesamt müsst ihr nur zwei Liederbücher dafür finden. Das erste befindet sich auf dem Tisch des Pavillons rechts hinter der kaputten Brücke. Ihr könnt es finden, wenn ihr nach Bunsen sucht, wobei da die Zeit gegen euch läuft. Das zweite befindet sich im Leuchtturm beim Schreibtisch, auf dem auch das mysteriöse glänzende Papierfetzen und das Tagebuch des Leuchtturmwärters liegen. Dazu braucht ihr den grünen Schlüssel von Mary. Diesen Erfolg erhaltet ihr also erst gegen Spielende hin. Bei Triff im Einklang mit deinem Herzen sollt ihr jede Trommel einmal schlagen. Die erste Trommel findet ihr in Lisas Haus, links neben dem Kamin und dem grünen Sofa. Die zweite Trommel steht vor der Strandhütte auf der Terrasse, man kommt ein paar Mal am Spiel an ihr vorbei. Die dritte Trommel steht im Schlafzimmer von den O'Hares, ihr könnt den Haushalt betreten, nachdem ihr das Meeresverlies abgeschlossen habt. Die vierte Trommel findet ihr in Hilfrids Atelier, wenn ihr einmal die Leiter hochklettert und euch auf dem Speicher zwischen Dach und Erdgeschoss befindet. Eine weitere befindet sich auf der Spitze des Leuchtturms, einfach nach ganz oben steigen und da mal drauf hämmern. Die fünfte Trommel steht rechts außen von der Seilbahn an der Wand. Die sechste und letzte Trommel befindet sich neben der Seilbahn beim Dreiecksberg, also erst kurz vor Ende ist dieser Achievement möglich. Nichts verpassen ist eine Errungenschaft, die man fürs Interagieren mit jedem Fotostand erhält. Der erste Fotostand steht direkt am Eingang der Spukgalerie, der zweite Fotostand steht direkt vor dem Eingang ins Fünsterlabyrinth in der Höhle zum Tanzdojo und der dritte Fotostand befindet sich direkt vor der Seilbahnstation. Man sollte demnach alle drei Fotostände leicht finden können. Glücksträhne wird durch ein fantastisches Schicksal ausgelöst. Jeden Tag kann man sich beim Vogelscheuchenmann und dem Vogelscheuchenfräulein das Schicksal lesen lassen. Einfach so lange machen, bis der Rand leuchtet, das sollte reichen, der Zettel ist dem Zufall überlassen. Der Vogelscheuchenmann steht vor Lisas Haus, das Vogelscheuchenfräulein vor Marys Haus. Gern gesehenes Speichern zählt als Achievement für jede Unterhaltung mit Mrs. Safe, also immer ansprechen, man wird nicht dazu gezwungen, regelmäßig zu speichern. Die erste Mrs. Safe steht vor dem Kürbisfeld vor Lisas Haus, die zweite Mrs. Safe bei den Ruinen im mysteriösen Wald, die dritte Mrs. Safe befindet sich auf dem Karottenfeld im O'Hare Haushalt, die vierte Mrs. Safe als Speicherpunkt vor Betreten des Meeresverlieses, die fünfte Mrs. Safe gibt es im Meeresverlies vor dem Schiff ohne Steuerrad zu entdecken, die sechste Mrs. Safe befindet sich auf dem Hügel zu Hilfrids Atelier auf dem Steinkreis, die siebte Mrs. Safe konnten wir am geheimen Strand entdecken, die achte Mrs. Safe stand im Feuerverlies schmelzend in den heißen Quellen, die neunte Mrs. Safe gleichzeitig die Mrs. Safe auf dem Steinkreis, nur steht sie jetzt auf dem Karren, den Hilfrid zum Transport der Göttinstatue benutzt hat, die zehnte Mrs. Safe steht zwischen Leuchtturm und Sternwarte auf dem Aufsichtspunkt, die elfte Mrs. Safe empfing uns in der Weißen Welt und wusste selbst nicht, wie wir hierher gekommen waren, die zwölfte Mrs. Safe stand mitten in der Weißen Welt, wir kommen mit der Katze direkt an ihr vorbei, die dreizehnte Mrs. Safe befindet sich hinter der Windhöhle am Dreiecksberg vor der Lore und hält ein Gewehr in der Hand. Mit dieser Mrs. Safe können wir auch nach der Lorenfahrt noch einmal auf der anderen Seite reden. Die letzte Mrs. Safe treffen wir auf unserer Flucht vom Dreiecksberg nach dem letzten Kampf an. Wir haben noch die Fotogene Annika, das ist ein Erfolg, den wir erhalten, wenn wir 50 Fotos mit der Kamera geschossen haben. Das heißt, man rüstet die Kamera einfach aus, macht 8 Fotos hintereinander, löscht diese dann wieder, weil sie nicht mehr speichern kann und wiederholt das 7 Mal. Vollgeschlagen will das B50 Mal im Spiel etwas essen. Es gibt vor Lisas Haus sowohl ein Kürbisfeld als auch einen Apfelbaum. Vor dem O'Hare Haushalt befindet sich ein Karottenfeld, das erst wächst, wenn man beim Abendessen bei ihnen war. Und ein weiteres Karottenfeld befindet sich vor dem Leuchtturm bei Marys Haus, wollte sagen, es ist ein Kürbisfeld. Die Felder wachsen alle paar Tage nach, sodass man nur häufig genug schlafen muss, um wieder etwas zu erhalten. Damit sollte man genügend Essen haben, um den Erfolg auch zu schaffen. Im Inventar würde ich immer an die 6 Sorten von allem mitnehmen, weil man die für die Göttenstatuen und Bunyamin noch benötigt. Ansonsten kann man gedroht essen. Verbindet sie alle, bekommt man als Erfolg für das Finden der 10 mysteriösen glänzenden Papierfetzen. Die Fundorte habe ich in dem Video zusammengefasst, wo ich sie am Obelisken einsetze. Es trägt den Titel Ring auf dem Meeresgrund. Speziallieferung schließt auf den vorherigen Erfolg auf, man soll etwas an Giraffe ausliefern, das er vergessen hat. Findet das, wohin euch die Papierfetzen führen, nehmt es mit und bringt es zur Giraffe, bevor ihr tanzt, denn danach ist es euch nicht mehr möglich, mit ihm zu reden. Rasender Flitzer verlangt von euch, das Spiel in viereinhalb Stunden zu meistern. Das ist eine Zeit, die man tatsächlich erreichen kann. Wenn ihr das Spiel durchgespielt habt, wisst ihr genau, was ihr machen müsst, woran einige Sachen bedingt sind und das könnte den künstlichsten möglichen Weg einfach gehen. Bereits bekannte Zwischensequenzen könnt ihr danach auch ebenfalls überspringen. Macht den Erfolg nicht gleichzeitig mit den Erfolgen der Rhythmusspiele und haltet sie getrennt voneinander. Habt ihr Probleme mit den Bosskämpfen, wählt den leichtesten Schwierigkeitsgrad aus, dadurch senkt ihr die Gefahr zu scheitern herunter und spielt einen Bosskampf auch nicht mehr als einmal. Und ihr solltet nirgendwo irgendwie 15,5... Und ihr solltet irgendwo jetzt da 15 Miausterwerke für das Cyberanticket zusammenbekommen. Wo ihr sie findet, könnt ihr bei mir im Video Fundorte 30 Miausterpieces sehen. Ich habe etwas über 3 Stunden benötigt insgesamt für diesen Erfolg, wenn ihr alle 30 gesammelt habt. Und ihr müsst den Ring nicht machen, bekommt dann allerdings auch ein anderes Ende serviert, das auch nicht so schön ist, wie das, was wir gesehen haben. Giranmeister erhaltet ihr automatisch, wenn ihr alle anderen Errungenschaften erreicht habt. Die habe ich euch gerade vorgestellt. Und wir können zum Abschluss noch einmal hier die Bonusbilder hier betrachten. Wir fangen beim allerersten an. Da waren wir im Waldverlies, haben hier die Hexe Lilli getroffen, Giraffe und Annika hier links, furchtsam vor den Geistern über ihnen. Das hier ist das zweite Bild, das wir bekommen haben. Die Königskrabbe feiert hier am Strand. Wir haben hier einen wasserspritzenden Geist. Meerjungfrau Lilli gönnt sich hier auf dem Boot hier ein Sonnenbad. Giraffe und Annika zusammen, die baden hier im Wasser. Das habe ich gerade übersprungen, jetzt sind wir da. Das hier war das Feuerverlies. Wir haben hier den Roboter auf unsere Seite geschlagen. Das erfreut Schatzjägerin Lilli nicht so sehr, während Annika hier ihr Vergnügen hat. Nummer 4, da befinden wir uns mit Annika und dem Tanzkleid hier am Strand. Es wird Nacht und wir haben hier die fünf begleitenden Häschen mit dabei. Bunsen links davon, dann haben wir noch den Bunidig, den Bunyamin ganz hinten rechts. Bunnett hier im Hintergrund und Bonilla folgt Annika. Pipi oben in den Wolken. Und das sind nochmal alle unsere bekannten Freunde, die hier im Kreis um Annika gestanden sind. Alle Inselbewohner auf einmal. Wir gehen von links nach rechts, also wir haben hier Mrs. O'Hare, wir haben den kleinen Bunnett, wir haben hier Thomas, wir haben Mary, wir haben die Hexe Lilli, wir haben unten nochmal den Bunidig, Annika in der Mitte, Pipi links oben in den Wolken, Bunsen, Giraffe, Bunilla, Hilfred, den Bunyamin, den Bunidig und Mr. O'Hare. Damit bedanke ich mich, dass ihr hier mich begleitet habt. Ich bin der King, euch noch einen guten Tag, ciao, ciao und bis dann.